Ich lüfte das Geheimnis! Ich lasse keinen durch! Ich bin dabei! Masters of the Universe Da erlebt man die Geschichte von Castle Grayskull, einer Burg voller Geheimnisse. Hier wird sie beschützt von Man at Arms auf seinem Fliptrack. Und jetzt, jetzt lüftet He-Man auf seinem Battlecat das Geheimnis. Da öffnet er mit seinem Zauberschwert die Zugbrücke. Mit dem Aufzug wird die Burg erkundet. Eine leichte Drehung mit dem Thronsessel genügt, um Eindringlinge wie Beastmen mit der Falltür in die Tiefe zu stürzen. Und da kommt Stratos in seinem Windrider und erkundet Castle Grayskull. Abenteuer auf dem fernen Planeten Eternia. Masters of the Universe von Martell.